Die Geschichte ist ihr Spielplatz. Abstergo. Hallo, Novize. Vor kurzem begann die Forschungsabteilung von Abstergo einige neue Projekte in London. Wir wissen beide, wenn Abstergo aktiv wird, dann haben die Templer etwas vor. Wir glauben, dass sie einem neuen Edensplitter auf der Spur sind. Ich habe Leute in London darauf angesetzt. Bishop, Jacob und Evie Fry sind Zwillinge. Wie geil ist das denn? Apropos, mach die Kameras fertig, Becks. Ich habe ein Bild. Wann schickst du die Daten? Sind unterwegs. Das ist eine Menge. Ich werde sofort die Novizen drauf ansetzen. Du siehst komisch aus mit einer Waffe. Noch eine kleine Wanze anbringen und dann mal sehen, was sie uns zeigt. Ich habe was. Isabelle Ardant hat hier eine Verabredung mit irgendwem. Da steht nicht wer... Da steht nicht mit wem, Rebecca. Aber es ist wohl Bishops Job, das rauszufinden. Moment, euer Auftrag lautet, findet Infos zu einem Edensplitter in London. Haben wir. Und jetzt würde ich gern das neue Spielzeug probieren. Es gefällt mir nicht, wenn die beiden vom Plan abweichen. Nun ja, wir können nur tief durchatmen und weitermachen. Du suchst nach dem Edensplitter in den Erinnerungen von Jacob und Evie Fry, Assassinenzwillinge aus dem viktorianischen London. Der erste Satz Erinnerungen wurde heruntergeladen. Viel Glück. Bruder George, es kam wie befürchtet. London ist gefallen. Dreimal schrieb ich dir und bat um Hilfe. Dreimal hast du geantwortet mit Schweigen. Und doch schreibe ich dir erneut. So verzweifelt bin ich. So wenige Auswege sehe ich. Ich brauche dich. London braucht dich. Du würdest sagen, die Aufgabe ist zu schwierig. Oder dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist. Zu Geduld würdest du mir raten. Doch während du wartest, festigen die Templer ihre Macht. Sie haben einen neuen Großmeister gewählt. So skrupellos, so gründlich, dass man meinen könnte, Reginald Birch selbst sei zurückgekehrt. Sein Name ist Crawford Staric. Und er will die ganze Welt beerschen. Es gibt keinen Bereich der Gesellschaft, den er nicht kontrolliert. Keine Industrie kann sich seinem Einfluss entziehen. Bei Tage sind es gewissenlose Händler und korrupte Politiker, die bei ihm Hof halten. Und es nachts verbreitet eine berüchtigte Straßengang namens de Blytas Angst und Schrecken in den Herzen der Bevölkerung. Es gibt kein Geschäft, das er nicht vergiftet. Keine Person, die er nicht missbraucht hätte. Sei es durch falsches Spiel oder rohe Gewalt. Und zusätzlich hat unser Feind es auch noch auf das Höchste aller Ämter abgesehen. Und während du dich nach innen wendest, darf ich wagen, es zu behaupten, aus Angst wendet sich Crawford Starics ehrgeizneuen Ufern zu. Zu Ländern und Kontinenten, die bislang unbesiegbaren. Nicht mehr lange. Denn er weiß, wie ich es dir sagte, Wieder und wieder und wieder. Wer auch immer London beherrscht, beherrscht die Welt. Hier wird das Eisen verladen. Der Templer, der hier das Sagen hat, ist Rupert Ferris, unser erstes Ziel. Nummer zwei ist Sir David Brewster, der in den Besitz einer Sache kam, die uns in diesem Krieg ruinieren könnte. Denkt ihr beide, er schafft das? Was für eine Frage. Oh, richtig. Mein Fehler. Meine Damen und Herren, die unaufhaltsamen Fry-Zwillinge. Erleben Sie sie allabendlich im Covent Garden. George, ernsthaft, ich habe mir die Laborpläne angesehen und kenne jeden Weg. Und ich habe alles, was ich brauche, hier bei mir. Ich richte Ferris deine Grüße aus. Später, George, wir müssen den Zug erwischen. Jacob! Evie! Möge das Credo euch leiten, ihr Galgenstrecke! Armer Kerl, noch ängstlicher als sonst. Die Zeit war nicht gnädig zu ihm. Evie Fry, woher hast du das nur? Vom selben Ort wie du, Jacob. Viel Spaß. Stirb nicht! Dauert das doch lange, oder geht's hier bald weiter? Wer hält die anderen von der Arbeit ab? Und repariert die Maschine! Und bringt mir Laudanum für meinen Kopf! Nur ein wenig Geduld. Und somit ein herzliches Willkommen zurück, meine Freunde, zu einem neuen Projekt. Assassin's Creed Syndicate steht in den Startlöchern und wir werden es gemeinsam durchspielen. Ja, hier mit Jacob, einer der zwei Zwillingen. Evie ist ja weitergefahren. Oh ja, ich freu mich drauf. Oh, wie denn Assassin's Creed? So, wir müssen Ferris erreichen. Und sicher auch, ohne dass uns jemand sieht. Ja, wahrscheinlich, oder einfach nur ein Parcours laufen. Zack, keiner, was wir machen müssen. Genau. Einfach nur erreichen, Parcours laufen. Okay, zack. Ui. Einmal hoch, rüber, rüber. Das ist eben noch gleich geblieben. Okay, wir sind da. Außer es gibt ein Problem. Genau. Also, wieder hoch. Rüber. Und alle, hopp, hopp. Und hier sabotieren. Dann werden wir das mal machen. Okay, nennen wir mal da rüber. Zack. Da oben auch noch sabotieren. Oh, lele, hopp. Hallo. Ich bin hier der neue. Der neue Arbeiter. Auch abstellen, bitte. Äh, wo ist denn da der nächste Punkt? Da drüben. Okay. Zack. Maschinen abgestellt. Ha, da kommen sie schon. Luftattentat. Der Hygienebeauftragte. Der Hygienebeauftragte. Der Hygienebeauftragte. Du bist der tote Mann. Hau ab nach Hause. Junge. Gleich wirst du bist so cool. Angriff. Catchen. Ja. Bam, bam, bam. Und tschüss. Hä, du? Was kämpfen, hä? Konter. 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 Und zack. Konter. Hier, kriegst du Schläge, hä? Bam. Und wieder die Konterangriffe gibt's Gott. Gott sei Dank wieder. Voll geil. Verteidigung durchbrechen und Angriff. Und zack. Erledigt. Noch meiner? Ich kann sie tragen. Okay, hier sind alle tot. Gehen wir weiter. Der Hygienebeauftragte kommt. Öffnen. Please. Hallo. Klettern. Okay. Dann aufwärts. Zack. Wohin müssen wir denn? Da hoch. Ups. Und. Alle hopp. Da oben müssen wir hin. Und wo ist denn der Ferris? Das ist der letzte Fehler, den ich jemals mache bürst. Den tut er entdecken. Gegner, die sie sehen können, schöpfen Verdacht. Wenn sie den ersten Blick hört, bleiben, wenn sie aggressiv und greift waren, gehen sie hinter eine Decke, um Gegner abzuschalten. Sie werden dann in der letzte bekannte Position untersuchen. Oder ich bringe sie einfach rum. Viel besser. Erstmal hoch. Juhu. Wo muss ich hin? Darüber. Okay. Werden wir da hochgehen? Oder bringt er gar nichts? Oh, das ist auch einer. Umbringen. Zack. Hier ist doch keiner. Lass mich mal durch. Und da hoch. Oh, ja. So. Ferris, wo bist denn du? Umbringen. Oh, eigentlich wollte ich jetzt ein bisschen Heuballen rein springen und den leise töten. Naja, was soll's. Zweit gesprungen. Passiert. Vielleicht beruhst du dich, wenn ich dir die Eingeweide rausgerissen habe. Ich bin nicht mehr da. Komm doch her. Da ist nochmal einer. Versuch nicht von mir davon zu laufen. Doch. Mach mal aber. Wir bringen dich von oben um einfach. Und. Zack. Dreht der sich um? Nein. Wo ist denn da Ferris? Na, kleiner Mann? Zack. Bringen wir erstmal die Wachen hier um. Hoch. Ach, ne, 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 ne. Kommt doch erstmal. Kleingern oben. Zack. Na, kleiner Mann? Kriegst du die Köpfnuss, hä? Und. Erledigt. Finish Move. Bäm. Boah, die gibt's endlich mal wieder. Gefällt mir. Schauen wir mal. Hast du was Schönes? Ja. Nicht wirklich. Und. Plündern. Du noch was Schönes? Ein bisschen Geld, aber sonst. Nichts. Dann öffne mal. Die Tür. Auf damit. Ist der jetzt da? Uhu. Wenn sie mit X schleichen, sind sie schwer zu entdecken und sie können sie schneller bewegen. Der Schleichring zeigt Gegner über ihn und unter ihnen. Halten sie hinter einer Deckung als Erzeugung umzielen. Drücken sie dann R2-Messer zu werfen. Ich will doch schleichen. Ah, okay. Tschüss. Ich will doch schleichen. Schleich-Modus. Ich will kein Messer werfen. Hey. Ist doch unnötig, Messer zu werfen. Bringt es ja so um. Ah, verdammt. Stirb einfach. Bist alleine. Auf dich gestellt. Gewesen. Ach, die können ja noch gar nichts. Das ist der Wachen. Waren das alle? Ah, da hinten ist noch mal einer. Alle hopp. Einmal hoch. Ach. Kann ich gar nicht weiter hoch. Das könnte wehtun, wenn man das macht. Schreit doch nicht so. Sie alle rumschreien. Na? Zack. Du bist weg. Geh mal da hoch. Und oben. Hey du, Kleiner. Du chillst deine Seele. Dein Problem. Kohle. Gibt es hier sonst noch was Schönes für mich? Gibt es doch sicher versteckte Sachen, wenn man sich hier umguckt. Egal. Ich bin da. Einfach darüber. Ah. Okay. Okay. Strengt euch an. Arbeitet. Okay. Das ist keine Wache. Darüber. Und darüber. Na? Sind wir jetzt mal gleich bei dem Kollegen? Na. Gleich. Okay. Der chillt seine Seele. Ach, es sind zwei Kinder. So. Da. Hallo? Hallo? Oh, Ferris. Oh, Ferris. Müssen zu ihm gelangen. Es wird sein für die Enderbrechung, Mr. Ferris. So. Ein Attentat auf Rupert Ferris. Okay. Da ist einmal hoch. Altbau. Da kann man überall hin. Wow. Eins weit und. Man stürzt runter. So. Erstmal abwärts. Abwärts. Oh. Da ist auch einer. Das ist die Frage. Komme ich auch noch anders rein oder nicht? Zack. Tschüss. Jetzt ist dunkel, hä? Ich will da durch. Was will ich da durch? Okay. Dann geht es da runter. Ich muss auf jeden Fall da rüber. Da stehen Wachen. Das ist nicht so schön. So. Erstmal da rüber. Ganz geschwind. Nein. Nein. Das mal ab. Da rüber wollte ich. Und. Allerob. Genau. Einstiegspunkte. Einstiegspunkte zeigen unterschiedliche Ansätze auf, wenn sie Ziele erreichen können. Ah, okay. Ich kann also da rein. Ich kann da oben rein. Ich kann ihn von oben erledigen. Was ist er denn? Und erledigen. Zack. Tja. So einfach. Das ist erledigt. Oh. Und was hast du erreicht, Bursche? Ein loses Rad in Starrix Getriebe. Ein großes zwar. Doch das reicht nicht. Euer Großmeister wird fallen. Ihr Assassinen könnt um London kreisen, so viel ihr wollt. Der Apparat, den wir erbauten, hält euch schon seit 100 Jahren stand. Und hält noch tausend weitere. Er ist die gesamte Stadt an sich. Wir werden euch London entreißen. Von Croydon aus? Du versteckst dich im Schatten. Wie ein Feigling. Ich bezweifle es. Oh ja. Ferris ist Geschichte. Und die Frau, die steht daneben und denkt sich. Am Bord des Zuges entkommen. Wie soll ich den erreichen? Muss ich da runter, hä? Lass mal ab. Kletter doch nicht überall hin. So, darüber. Oh, schnell. Schnell auf den Zug. Wir müssen in unseren Zug, ja wissen. Die Bahn kommt. Ich bin drauf. Hey Leute. Alles fit im Schritt? Der Chef ist... Oh. Stirb. Bäh. Jetzt stirb doch einfach. Und du auch. Die Fahrscheine, bitte. Ich gebe euch. Hier. Nein. Du stirbst. Nicht mit mir. Ja. Und erledigen. Zack. Und der da. Und tschüss. Fahrscheine, bitte. Kommt noch einer. Ah, da kommt noch mehr. Nein. Lass ihn doch ab. Mach doch. Probier's. Oh, ist dunkel. Seh nix. Tunnel. Die haben doch keine Chance. Keine Schnitte haben die. Die. Habt ihr die Hosen voll, Jungs? Oh. Oh! 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 Okay. Okay. Und wie? Dann kleiden wir mal nach unten. Nein! Oh, shit. Abwärts. Zwingen Sie sich irgendwo gleich mal bei Bozos zu werfen. Ah, das weiß ich. Okay. Muss ich jetzt da losrennen und rüberspringen. Oh, oh. Oh! Ich glaub wir sollten hier weg. Wir brauchen ein bisschen sicheres Gebiet. Abwärts. Abwärts. Puh. Nächstes Mal gehe ich zu Fuß. Sand im Getriebe abgeschlossen. Oh, yeah. Gut. Wir haben hier die Einführung abgeschlossen. Die erste Erinnerung. Und Faris ist Geschichte. Und wir sind in Sicherheit. Gut, dann würde ich sagen, das war's mit dem ersten Part von Assassin's Creed Syndicate. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Hoffentlich euch auch. Lasst einen Daumen, Kommentar da. Und wir sehen uns in der nächsten Erinnerung. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.